Oh, hier ist doch das Verlies, ne? Sehr gut. Öffnen wir das mal. Dann können wir runter und die kleine befreien. Hier ist noch eine Truhe. Sehr gut. So, geh zum Orakel. Wo soll ich das Orakel jetzt nochmal finden? Die Frage ist, wo ist das Orakel, ne? Okay. 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 Wenn wir das Orakel gefunden haben, geht's dann weiter mit ihr nochmal reden. Aber sie ist ja nicht das Orakel, ne? Nee. Ja, gut zuhauen kann er ja, obwohl er nur einen Arm hat. Okay, die kann auch nur von einer Seite geöffnet werden. Da waren wir auch noch nicht. Okay. 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 So, ist er das Orakel jetzt? Ja. So. Das wird ein harter Kampf werden. Ich bin noch nicht dankbar für alles, was du für mich getan hast. Aber jetzt, schau dir an dich. Endlich schrecklich hat dich in eine Schreie gedauert, um in die Dark Abyss zu gehen. Darum, du kannst es nicht mehr haben. Du bist... ...entierlich korruptiert. Du hast mir keine Wahl. Geh es zurück! Terrence! Theresa! Lass mich erklären! Terrence! Watch out! What a class! Theresa! Stop chasing that woman. Viola is in danger. See what you have done. Oh, huh. See what you have done. Oh, huh. ... ... ... ... Okay, wenn man eine gewisse Energie abgezogen hat, wird er noch komischer. ... ... ... ... ... ... Mann ey, der Braus ist aber auch richtig. Jetzt ein Energietrank, das wäre schön. Das wäre schön, wenn wir jetzt wenigstens noch einen Schlag verpassen können, einen Treffer. So, jetzt kommt der andere. So kann ich kaum einen Trank nehmen. Könnten wir packen. So, jetzt kommt ein großer Schlag. Noch einer. Jo, wir haben ihn. Uh. Alter, war das heftig. Mann, Mann, Mann. Du kannst mich nicht töten. Du bist ihr Freund? Ich habe ihn in Katib. Sie würden nicht hier stehen ohne mich. Ich werde dir alles sagen, als Sie nicht töten mich. Was ist sie? Ich habe ihn mit. Ich bin die Schmutzung. Die Schmutzung. Das war die Schmutzung. Ich habe immer mein Wort gehalten. Ich habe immer gehalten. Aber es scheint, dass du es immer wiederholt hast. Es ist für unsere eigenen Worte. Das ist die Sicherheit für die Heilige Box. Schau mal. Ich bin derjenige, der sie schafft. Ich bin derjenige, der die Blutlinie von Adamina. Wenn der Gott getrennt, wenn der Gott die Heilige Box, er wird diese Schmutzung in eine Fiermung. Um zu Ende dein Leben wertvolles. Das ist das beste Ende für Adamina. Warte. Du bist derjenige, die sie? Ich versuche dich. Ich versuche dich! Ah, sie lebt noch. Ah, das ist ja gut. Du bist der Gedanke. Nachtheim ist vorbei. Ah, where am I? Terence, that little girl, we've been tricked. Never mind, it's over. Go to Exilium, Terence. You will find the clue you want. What set the execution ground? Ignore him, Terence. He has bad intentions. Excuse me, sleepyhead. I'm afraid you have no right to say that. We don't have time to argue. The plague is coming to Edomina. It's not safe here. Let's go back to the carriage. Viola schließt sich der Gruppe an und reißt mit euch. Das ist doch super. Das war alles ja, ne? Jo. Jo. Ich abiste auf ihn. Und er hat ihn aus. Ich abiste dir, ich hab dich. Ho! Was? Ich habe dich. mich schon angreifen also wenigstens mal einen trunk droppen das haben sie auch getan aber wir haben ja volle energie wechseln wir mal kurz den charakter würde ich sagen oder der ist ja tot noch ein trank sehr schön ausruhen dann droppen zwar aber ist egal zur kutsche zurück machen wir doch ich würde einfach nur zur kutsche zurück lasst mich doch einfach zufrieden mal gucken wo ich die finde die kutsche sie schmeißen mehr und mehr Das war's. War hier nicht irgendwo die Glocke? War hier nicht. 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 oh ja da war wenig stärke gehabt ach das haben wir jetzt gar nicht bestätigt alles klar stetigen war das normal sonst noch was stand elixier wenn man nicht herstellen aber gesundheits elixier ok super so ich freunde ich würde sagen wir machen aber an dieser stelle wieder schluss sehen uns dann im nächsten teil bis dahin